Brigitte Mischler, Best-Player im heutigen Ermittler-Dörfer gegen das Korps. Wie ist das Spiel? Ich habe grundsätzlich ein gutes Spiel gefunden von unserer Seite. Wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Was wir sicherlich besser machen sollten, ist 3-4-4 Gäste mehr. Die Chance, die wir uns erarbeiten können. Wir haben 2 zu 0 geführt. Der Korps kommt zurück, wir schiessen es 2 zu 2. Was ist passiert im Spiel von Wizards? Es war ganz wichtig, dass wir 2 zu 2 nicht hektisch geworden sind. Wir haben einfach unseren Gameplan durchgesetzt und weitergemacht. Dann sind die Beile einfach rein. Gut. Nächste Runde. Die Duell gegen deine Schwester Sandra. Was nimmst du dort vor? Ich mache immer speziell gegen die Schwester spielen. Aber ich habe grundsätzlich ein Frauenverhältnisches Team, das gut die erste Runde hinter sich getrocknet hat. Und wir sind sicher nicht so zu unterschätzen. Gut. Für ihnen wollen wir natürlich. Merci, Brigitte. Einen guten Sonntag. So. Hier kann man sich eher Zeit für was. Erachtéis, die Band wird anwärtigern und ab Höport. certo Rochester macht jetzt gonna. Vielen Dank.